Also, die Bärme, die haben sie schon drauf. Man darf sie nicht unterschätzen. Jetzt sind wir zuerst in dem UAC Shop von Lumpus. Das war schon mal toll, wir hatten es lustig. Und dann hat mich der Arpad in eine Buchladung geschleicht. In einer Antiquariate haben wir ganz viele tolle Bücher gefunden. Dann hatte es einen sensationellen Spielladen. Und jetzt war ich schon fix und fertig. Und mit dem Arpad eigentlich wollte ich nach Hause laufen. Und dann wollte er etwas länger machen. Wo kommen wir durch? Und wir haben gestoppt, sind hier reingegangen. Wir konnten doch alles selber zusammenstellen. Zum Glück haben Arpad und ich einen Geschmack. Außerdem machen wir keine Kürtchen und Tomaten, weil dann alles kontaminiert ist. Aber das schmeckt echt fein. Ich probiere es mal schnell. Mega! Und diese Sauce habe ich schon lange gesucht. Die gibt es schon lange nicht mehr im McDonalds. Das ist so eine Senf-Sauce. Und man kann alles drinnen selber aussuchen. Wir haben jetzt Mayonnaise und Honey Master. Ei haben wir, Preihärze. Und der Arpad nimmt das Fleisch so, wenn ich es gerne will. Das schmeckt auch fein. Also ändert man es gerne oder man es nicht gerne. Ich finde es fein. So. Das ist mein persönlicher Lieblingssalat. Und für die Jahreszeit das Beste, was es fast gibt. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich liebe das. Wie wir einen Burger haben. Genau.